Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Riskierst du zu scheitern, betrogen zu werden. Du hast Angst, deine Liebe ist erloschen. Vielleicht wartet sie darauf, in etwas Höheres verwandelt zu werden. Erwache in der göttlichen Gegenwart, die jedem Mann, jeder Frau inne wohnt. Erkennt einander in dieser Liebe, die niemals endet. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.